Musik Hi, ich bin Marius, das ist Arne und wir stehen heute am, fuck, was ist denn der Tag? 24.01. vor der Börse Wuppertal und zwar findet heute hier das erste Mal das Co-Opening der Hotspot-Party statt mit dem Motto You are hot und der Tal bebt. Ihr seht, wir sind super vorbereitet, wie immer, wir können es halt. So, wir haben es vorgenommen, als erstes gehen wir runter und zeigen euch mal den Veranstalter der Party. Ich denke, das ist ein ganz guter Anfang, den mal zu fragen, was das Konzept der Party ist und warum ihr hierher solltet. Dann folgt uns doch einfach mal. Also, wir haben jetzt für euch den Veranstalter der Hotspot-Party in Wuppertal. Das ist Erik. Hi, Erik. Ja, hallo. Wie geht's? Ja, ich bin ganz zufrieden, mir geht's gut. Wir wollen hier unseren Zuschauern mal ein bisschen zeigen, was in der Hotspot abgeht und dachten, du erzählst uns mal ein bisschen, wie du auf die Idee gekommen bist. Drauf gekommen bin ich ganz einfach, weil es in Wuppertal lange Zeit nichts gab. Da gab es zuletzt die Funky Boys vor anderthalb Jahren und als die weg war, gab es in Wuppertal nichts wirklich. Und Wuppertal war mal vor Jahren Kult auch in der Szene. Und ich dachte, das könnte es ja vielleicht mal wieder werden. Und vielleicht ist es auch aus dem Kultgedanken das mit dem Hotspot entstanden. Die Party läuft jetzt seit ungefähr zwei Stunden und ein Partzer quetscht. Wie zufrieden bist du jetzt ungefähr? Also, ich bin sehr zufrieden, weil man konnte ja nicht wirklich damit rechnen, was passieren wird. Man macht so die Werbung so ein bisschen ins Leere rein und dann, okay, gibt es zwar Gästebucheinträge und es gab einige und so. Dann denkt man schon, okay, es könnte klappen, es könnte klappen. Und es hat, also muss man wirklich sagen, ich finde, wir können sehr zufrieden sein. Der Laden ist recht voll. Und worüber ich mich besonders freue, jetzt nehme ich dir vielleicht die Frage weg, dass das Publikum sehr gemischt ist. Also, dass eben nicht nur junge Jungs da sind oder ältere Frauen, das ist wirklich quer durch. Also, vom Alter her quer durch. Und es sind eben natürlich überwiegend Schwule, aber auch viele Lesben da. Ich finde das super. Was meinst du denn, warum sollte man unbedingt zu Hotspot kommen? Was macht die besonders? Was erwartet uns heute? Wir haben schon ein paar Tänzer gesehen, die auf den Dancefloors ein bisschen für Stimmung sorgten. Erzähl mal ein bisschen aus dem Petto. Also, ich glaube, wir haben einfach ein unheimlich nettes Publikum, scheint mir jetzt. Und darum geht es ja eigentlich immer. Warum geht man auf eine Party der Leute wegen? Und das sind hier ziemlich viele, ziemlich nette Leute. Ich glaube, da ist für jeden auch irgendwie was dabei. Das ist die erste Hotspot. Es ist geplant, das weiterzuführen bis ins Unendliche, wenn es weitergeht. Ins Unendliche, ja. Ich denke mal, so irgendwann, wenn ich ins Rentenalter komme oder so, gebe ich das dann mal ab. Aber zunächst mal peilen wir jetzt den 28. Februar an, da geht es weiter. So, wir haben jetzt gerade spontan beim Reingehen, wir wollten ein bisschen Location filmen. Für Gay Union, den zweiten Anwerber, also einen Anwerber für den Posten des zweiten Geschäftsführers gefunden. Ihr kennt ihn unter dem Username Alec. Sein Name in Wirklichkeit sozusagen, im echten Leben ist Jan Nowak. Er steht jetzt gerade links neben mir. Bist du gut hergekommen? Ich bin jetzt das erste Mal hier. Du warst das erste Mal auf Dortmund-Party? Gut. Dortmund-Party findet auch das erste Mal statt. Das ist jetzt nicht so schwer. Ansonsten, du hast dich zugeworben zum zweiten Geschäftsführer. Richtig. Du hast jetzt die Möglichkeit, gerade gerne was zu sagen, wenn du möchtest, was du gerne verändern wollen würdest, was dir wichtig ist, was du deine Kompetenzen siehst. Und ruhig auch was lauter ins Mikro, dass es hier ein bisschen die Umgebungsgeräusche du weißt. Nun gut, also es gibt vieles, was geändert werden muss. Vieles, was fälschlicherweise geändert werden soll. Das sind einige Satzungspunkte. Möchte ich jetzt hier nicht näher darauf eingehen. Sendezeit ist vermutlich kurz. Einiges davon, was der Sebastian gerne in der Satzung ändern möchte, finde ich gut und positiv. Unterstütze ich auch. Einiges, was er ändern möchte, muss ich ganz klar mein Veto dagegen halten und darf nicht geändert werden. Grundsätzlich sei gesagt, das Projekt bzw. der Verein G-Union ist ein aufstrebener Verein mit vielen Mitgliedern, vielfältig. Man kann im Prinzip noch alles aufbauen. Ist ja noch alles in den Kinderschuhen. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, ein bisschen was über dich zu erzählen. Was machst du? Wo kommst du her als kleine Vorstellung noch mal zu den Mitgliedern? Kleine Vorstellung, ja. Also 22 Jahre alt, wohne im Duisburger Süden, bin Buchhalter von Beruf. Sportlich gesehen gehe ich tanzen, spiele Tischtennis und mittlerweile engagiere ich mich auch für den Verein. Wenn du möchtest, jetzt noch einmal in die Kamera, warum du meinst, dass man am 1. Februar dich zum zweiten Geschäftsführer des Gay-Union-EV wählen sollte. Gut, das ist jetzt ein sehr weitreicher Überfall, ja, ich weiß. Das meine ich nicht nur. Man könnte da sehr lange drüber diskutieren, warum, wieso, weshalb. Warum mich, warum nicht Markus etc. und umgekehrt, warum Markus und nicht mich. Beide Kandidaten haben wohl Stärken und Schwächen. Ich denke mal, das habe ich im Forum auch schon sehr detailliert ausgeführt, was gut, was schlecht ist, auch grundsätzlich gesehen. Kann man wohl alles nachlesen. Grundsätzlich sei gesagt, ich bin mehr der sachlich Objektivere. Grundsätzlich kann auch ich Eventsplan organisieren, durchstrukturieren, Infrastruktur organisieren. Irgendwann, das kann jeder. Auf seine Weise gut oder schlecht. Markus vielleicht besser als ich, dafür habe ich auch andere Qualitäten, die man vielleicht so auch noch gar nicht erwähnt hat, was ein Geschäftsführer vielleicht können muss. Marius und Arne gehen jetzt mal rein und wir gucken mal, wen wir so finden und jemanden interviewen können. Kommt mit. So, das erste Opfer, passenderweise, direkt gefunden. Hallo Colin, wir wollen ein bisschen gucken, wie die Stimmung hier ist auf der Onsport-Party, das erste Mal in Wuppertal. Wie finde ich es süß? Ja, ist auf jeden Fall ganz schön. Ich habe wieder mal viele neue Leute kennengelernt.